Herzlich Willkommen in unserer Ausstellung Tiki Mania, Bernd Zimmer, die Marquesas Insel und der europäische Traum vor der Südsee. Bernd Zimmer, 1948 im Bayerischen Planek geboren, ist ein international bekannter deutscher Künstler. Zusammen mit Freunden, befreundeten Künstlerinnen und Künstlern gründete er 1977 die Galerie am Moritzplatz in Berlin. Bernd Zimmer gehört zu den bekanntesten Vertretern der sogenannten vehementen Malerei. Vielfach lässt er sich von seinen Reisen inspirieren. Und so reiste er in den 1990er Jahren mit einem befreundeten Ethnologen durch die Marquesas Inseln in der Südsee. Dies inspirierte ihn zu einer Reihe von Werken, von denen viele in unserer Ausstellung zu sehen sind. Auf den Marquesas Inseln findet man an sehr vielen Stellen Tiki-Figuren. So etwa große Stein-Tiki auf steinernen Kultplattformen wie auch auf diesem Bild zu sehen. Es gibt fast kein Werk Bernd Zimmers in unserer Ausstellung, auf dem nicht mindestens ein Tiki zu sehen wäre. Ein ganz besonderes Werk ist Bernd Zimmers Tiki mit Selbstbildnis. Ein ganz besonderes Werk ist Bernd Zimmers Tiki. Ich habe es in der ganzen kleinen Tiki-Figuren. Ein ganz besonderes Werkstatt.